Hallo liebe Leute, wir wollen euch etwas über den Preußisch-Österreichischen Krieg erzählen. Also das ist so, es gab 1866 einen Streit um Schleswig-Holstein. Schleswig gehörte zu Preußen und Österreich zu Holstein. Irgendwann marschierte Preußen in Holstein ein. Von wem bekam Preußen und Österreich Unterstützung? Es war so, Preußen bekam eher von den kleineren Ländern Unterstützung, Österreich eher von den größeren. Wer hat eigentlich bei diesem Krieg gewonnen? Den Krieg gewann Preußen. Die österreichischen Länder gehörten nun zu Preußen und Preußen wurde zum Deutschen Kaiserreich. Das war unsere Präsentation zum Thema Preußisch-Österreichischer Krieg. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis, крут, Stein. Schoko reiner. Bist du schde? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.